Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein aussortiert Flop-Video. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe einfach in letzter Zeit immer mal wieder Sachen aussortiert. Die sammle ich dann immer in Boxen. Eigentlich hatte ich mal eine Box, wo ich was drin gesammelt habe. Mittlerweile sind es zwei. Und ja, es wird auch mal wieder Zeit für einen großen Deklatter, dass ich auch mal mit euch komplett durch meine Sammlung gehe. Ja, ein paar Sachen vorab. Zum einen, ja, ich trage zwei verschiedene Augenlooks. Ich habe eben einen Schminkel gedreht, wo ich zwei Paletten ausgetestet habe und euch auch mitgenommen habe. Und ja, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Aber ich hatte jetzt keine Lust, mich abzuschminken oder neu zu schminken oder sonst irgendwas. Zum anderen, alles, was ich jetzt aussortiere, wird wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo das Video veröffentlicht wird, gar nicht mehr bei mir sein. Das heißt, das ist dann schon weitergewandert. In Trash-Paketen oder in Freunde und Familie oder über eBay Kleinanzeigen habe ich es dann hier im Umkreis verschenkt oder gespendet oder, 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 oder. Da habe ich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, halt Produkte weiterzugeben und andere Leute damit glücklich zu machen, was bei mir halt vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Deswegen schickt mir bitte keine Anfragen, ob ihr die Produkte kaufen könnt oder sonst irgendwas. Sie sind sehr wahrscheinlich gar nicht mehr da, denn ich drehe das Video heute am, was ist denn heute? Der 24. Juli tatsächlich schon. Und ihr seht wahrscheinlich das Video auch erst in einem Monat. Also von daher ist dann gar nichts mehr von da. Ich sammle natürlich immer fleißig weiter und sortiere aus, aber ich habe da meine Kanäle, wo ich das dann immer wieder weitergeben kann. So, dann ist das, was ich jetzt zeige, auch kein Bash gegen irgendwelche Marken. Das sage ich auch immer gerne vorab. Es ist einfach nur, dass ich einfach ein Mensch bin. Ich probiere gerne viele Produkte aus und wenn sie mir nicht gefallen, werden sie aussortiert, damit jemand anders sie verwendet und es nicht bei mir vergammelt. Das finde ich immer sehr wichtig, denn ich habe hier auch tatsächlich zwei Produkte dabei, die ich zwar im Trash selber bekommen habe, aber ich glaube, dass sie mittlerweile bei mir gekippt sind. Ich habe mir so ein Notizbuch, da schreibe ich ein paar Dinge rein und dieses Mal habe ich jetzt hier meine Flops. Es sind drei Seiten, die ich vollgeschrieben habe und deswegen will ich gar nicht lange quatschen. Ich fange jetzt an. Spirit of Delicate Blush. Das ist ein Eau de Parfum, was wir mal in einer Beautybox drin hatten. Es ist ein richtig schöner, blumiger Duft, der mir total gut gefällt. Sehr pudrig, sanft, elegant, sommerlich, frühlingshaft. Richtig, richtig schön, aber er hält ungefähr so lange, dass ich mich zu Hause damit einsprühe und sobald ich irgendwo hinfahre und aus dem Auto aussteige, ist der Duft schon wieder weg. Das heißt, er hält bei mir ungefähr eine Stunde und das finde ich schade. Und deswegen kommt er halt weg. Das ist immer eine Sache, die ist halt so, wie sie ist. Dann habe ich auch noch hier einen Highlighter von Elf. Den mag ich tatsächlich. Den habe ich aber schon in einer anderen Palette, wo ich mehrere Highlighter drin habe. Den habe ich mal bekommen von der lieben Zara in einem Tauschpaket. Und als ich meinen Full Face Elf geschminkt habe, habe ich gemerkt, dass dieser Highlighter in der Farbe White Gold exakt genau so schon da drin ist. Und ich brauche den einfach nicht doppelt, weil ich werde den im Leben nicht aufbrauchen. Und ja, genau. Deswegen, er ist wunderschön, nicht glitzernd oder so. Der ist schön auf der Haut. Schaut euch meinen Full Face Elf an. Es ist traumhaft, aber doppelt brauche ich ihn tatsächlich nicht. Und dann habe ich hier die Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Geschichte aussortiert. Das ist dieser hier. Habe ich während meines Full Face Anastasia Beverly Hills Produkte aussortiert. Habe ich das ein oder andere Mal verwendet. Aber ich habe einfach für mich entdeckt, dass ich nicht so gerne diese Produkte mag. Ich mag super gerne, so wie den 24 Hours Brow Setter oder so, halt so Augenbrauengele, die sehr hart werden und meine Augenbrauen fester kann. Damit komme ich besser klar. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eigentlich sehr filigrane Augenbrauen habe. Gut, also mein grande Brow hat meine Augenbrauen schon wieder richtig gut werden lassen. Also das ist jetzt auch, glaube ich, das Maximale, was ich aus denen rausholen kann. Aber ich finde es toll und so passt es auch zu mir. Ich hatte damals sehr, sehr krass dünne Striche. Durch diese ganze Zupferei, die halt damals mal irgendwann in den 2000ern in war, sind die bei mir sehr dünn geworden. Aber mittlerweile habe ich sie gut wieder gezüchtet. Also auch vielen Dank an die Benefit Brow Bar Lady, die mir das damals geraten hat, einfach mal wachsen zu lassen. Und ja, genau. Das ist aber kein Produkt, was bei mir funktioniert, weil meine Haare, meine Augenbrauenhärchen sind halt ziemlich lang. Und wenn ich das dann halt anwende, das sieht halt nicht aus bei mir. Und es verschmiert und ich komme damit nicht so gut klar. Dafür verwende ich lieber Produkte, die ich lieber verwende. Genau. In meinem Full Face Kiko habe ich auch zwei Foundations aussortiert. Unter anderem die rosafarbene. Das ist eine aus einer Limited Edition. Tuscan Sunshine ist das gewesen. Die Luminous Foundation in der Farbe No Lines Ivory. Die schiebt sich weg, siegt gruselig aus und trägt sich ab. Genau. Und ich mag keine Foundations, die nicht auf meinem Gesicht bleiben. Deswegen werden sie dann natürlich aussortiert. Kann natürlich sein, dass ich, eben weil ich eine trockene Haut habe, ne, dass es bei mir nicht so funktioniert. Oder dass es einfach jetzt gerade im Sommer zu warm ist. Aber ich habe die schon eine Weile hier. Damals am Anfang hat sie gut bei mir funktioniert. Jetzt mittlerweile einfach nicht mehr. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auch die Foundation aus der Unexpected Paradise Limited Edition mit dem Lichtschutzfaktor 30 habe ich aussortiert, weil sie mir auch nicht gefallen hat. Die geht in die Poren und bleibt dort. Habe ich mir aufgeschrieben. Und das ist natürlich super traurig, weil das muss nicht sein. Ich habe jetzt eigentlich keine wirklich vergrößerten Poren oder sowas, aber die möchte da gerne reinkriechen und sie betonen. Und das finde ich schade. Weil das muss nicht sein. Es gibt so viele schöne andere Foundations, die besser bei mir funktionieren. Denn dann braucht die nicht mehr sein. Auch diesen Concealer habe ich jetzt aussortiert. Universal Stick Concealer von Keko, auch aus dem gleichen Full Face. Hierzu habe ich, also Farbe 0,1, ne. Hierzu habe ich mir aufgeschrieben, wie schminke ich mir Augenringe. Hiermit. Der ist einfach überhaupt nicht meine Farbe. Der ist gelb. Der ist zu fest. Ich bin zu alt für diesen Concealer. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber meine Haut ist, wie sie ist. Ich bin 32 Jahre alt. Der kriegt halt volle Elle in meine Fältchen und betont sie. Macht mir zum einen ja durch die Farbe Augenringe, aber auch durch seine sehr, sehr trockene Konsistenz. Ich habe ja sowieso schon eine trockene Unteraugenpartie. Dann brauche ich nicht auch noch sowas. Und unsere Nachbarn eskalieren gerade. Ich hoffe, ihr hört die Musik nicht. Also wir haben zwei Nachbarstöchter, also da ist ein Haus und da wohnen Zwillinge. Die sind jetzt, glaube ich, 18, 19 oder so. Und die rasten volle Elle aus und haben gerade richtig laut Musik an. Also da geht die Party ab. Mein Freund und ich stand eben schon auf der Terrasse und haben abgedanzt. Fand ich ziemlich lässig bei uns, aber gut. Nein, das ist nur so viel dazu. Man hat einfach Spaß in der Siedlung, muss ja auch sein. So, dieses Parfum ist auch wieder so eine schöne Kiste gewesen, was wundervoll riecht, aber einfach nicht hält. Also auch wieder dieses 1-2-Stunden-Geschichten-Gedöns. Rosa Folie Nummer 2 ist das. Ganz toller Rosenduft, ne? Also als Raumduft kann ich mir den vielleicht vorstellen, aber dafür finde ich ihn irgendwie zu schade. Dann setze ich ihn lieber aus. Hält nicht so lange und wird zum Ende hin eher muffig, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist dann halt auch so eine schwierige Kiste, ne? Ja, kommt dann auch irgendwie in ein Trash-Paket oder so rein. Wir haben ja unser Wander-Wow-Trash-Extrempaket. Hier sind jetzt die beiden Produkte, wo ich vermute, dass sie bei mir jetzt schlecht geworden sind. Das ist einmal der Concealer und auch der Stick, die Stick-Foundation von Colourpop. Die habe ich im Trash bekommen und ich glaube einfach, dass sie nicht mehr gut sind. Der Concealer hat sich hier schon aufgeteilt. Ich meine, das hat man manchmal bei Concealern, ne? Auch wenn sie relativ neu sind, dann schüttelt man sie und dann vermischen die sich wieder. Aber das sind zwei Produkte, die jetzt auch wirklich in die Tonne kommen. Als ich diesen, wie heißt die Colourpop? No-Filter-Sticks-Foundation von Colourpop die ersten Male verwendet habe, hat die super funktioniert. Auch im Sommer. Ich glaube, ich habe die Richtung Sommer von Miss Curly Jen in einem Trash-Paket bekommen. Riecht jetzt auch nicht schlimm oder so, ne? Aber die wird sehr, sehr merkwürdig jetzt mittlerweile auf meiner Haut. Deswegen habe ich die blöde Vermutung, dass das jetzt bei mir leider gekippt ist. Ich habe jetzt ja meine Aufbewahrung von meiner dekorativen Kosmetik ein bisschen verändert. Da knallt die Sonne nicht mehr so drauf und ich sehe auch echt zu, dass ich hier oft die Schalosien runterhalte. Weil sonst hatte ich das hier so neben mir, was ja quasi damals mein Hintergrund war. Und da ist halt echt die Sonne draufgeknallt manchmal. Jetzt habe ich hier meine Alex-Kommoden und versuche den Raum hier auch abzudunkeln, sodass da halt nichts mehr an Sonne oder so draufkommt. Ja, die beiden Produkte sind halt wie gesagt dann jetzt leider Müll. Dann kommen wir mal zwischenzeitlich zu ein paar Nagelacken. Ich habe natürlich jetzt auch meine Sachen so aufgeschrieben und zeige euch die Produkte so, wie sie halt nach und nach aussortiert wurden. Von Essie den Expressi habe ich aussortiert in der Farbe 340 Air Dry. Eigentlich eine schöne Farbe, so ein schönes Jeans-Blau-Grau, aber ich finde ihn einfach zu langweilig. Ich mag lieber knallige Nägel und die mag ich auch ganzjährig lieber. Deswegen wird der jetzt aussortiert, aber ich denke, dass es ein recht gefälliger Ton ist, der manchen Leuten gefallen wird. Ich meine, den hatte ich im Essie-Adventskalender. Den hier hatte ich, glaube ich, auch im Adventskalender von Trend It Up. Auch das ist wieder so ein, wenn da irgendwie so gräuliche Untertöne mit bei sind, ist das nicht meine Welt. Trend It Up, UV, Power, Gel, Nail, Polish, also haltbar sind die alle beide, aber trotzdem. 040 ist hier die Farbe, ein schönes Lila, aber auch auf meinen Nägeln wieder zu langweilig, ne? Nicht knallig genug, nee. Da mag ich lieber so kräftige Töne. Diesen Ton finde ich eigentlich schön und ich glaube auch, dass er mittlerweile einfach, ich habe ihn ja auch ganz gut aufgebraucht von Sally Hansen, also ganz gut aufgebraucht ist gut, ne? Das ist hier oben, geht so. Aber trotzdem, richtig schöner Bonbon-Ton, richtig schönes Himmelblau, hellblau, wie auch immer. Aber die Farbe Sugarfix ist das, sieht auch klasse aus, aber dieser Nagellack braucht ungefähr drei Schichten, bis er halbwegs deckend ist. Es liegt an meinen runden Nägeln, das rutscht halt so komisch runter. Da gebe ich ihn lieber weiter und probiere einfach andere Nagellacke in ähnlichen Farben aus, ne? Dass ich da Alternativen mehr suche, obwohl ich diese Farbe bombastisch finde und es ist mir echt schwer gefallen, den jetzt auszusortieren. Aber es muss leider sein, es funktioniert einfach mit meinen Nägeln nicht, ne? Das ist schade, aber es ist so. Ich habe ihn gerne verwendet. Was habe ich jetzt? Maybelline Superstay habe ich wieder in meine Sammlung gepackt, genau. L'Oreal Paradise Waterproof, die Mascara. Die Paradise Exetic. Da ist das Problem, Waterproof, also ich mag die gerne, ich mag auch die Nicht-Waterproof-Variante davon. Ist ja so ein Dupe zu der, also gibt es ja mittlerweile als Lash Paradise und es ist ein Dupe zu der Better Than Sex von Too Faced. Kann ich auch wirklich so sagen, ne? Das ist tatsächlich ein Dupe. Aber ich möchte keine wasserfesten Mascaren mehr verwenden, weil meine Wimpern davon geschädigt werden. Ich gebe ja alles, ich verwende ein Wimpernserum und gebe alles, das meine Wimpern voll und lang und gepflegt. Ich nehme Rizinusöl und mache sie immer schön ganz vorsichtig, dass ich sie abschminke und so. Wenn ich dann aber eine wasserfeste Mascara nehme, die halt so eine richtige festtackernde Mascara ist, dann werden meine Wimpern danach immer sehr, sehr trocken. Und das begünstigt halt zum Beispiel Haarbruch, also auch Abbruch von Wimpern und das möchte ich nicht. Und um dem halt zu umgehen, möchte ich nach und nach meine wasserfesten Mascaren, soweit ich das hinbekomme, mit meinem Herzen aussortieren. Aber ja, die darf mich jetzt verlassen. Da wird jemand anders glücklich. Ich weiß, dass viele Freundinnen von mir immer wieder sagen, Mensch, ich brauche eine wasserfeste Mascara, die nicht abstempelt. Die wäre auf jeden Fall da so eine gute Wahl und die ist auch toll. Genau, deswegen. Aber die muss jetzt leider gehen. Dann habe ich hier von Rose Lalune ein Sun Powder. Das habe ich jetzt hier in der Farbe Claire Light. Und ich hatte letztens in einer anderen Box, das in der Farbe Medium, und da habe ich herausgefunden, dass die Farbe Medium mir besser passt als die Farbe Light. Weil die Farbe Light ist so mehr ins Orangene und die Farbe Medium ist mehr so ins kühlere, bräunlichere. Also, ne? Das sieht einfach besser auf meiner Haut aus. Und ich mag bei Bronzern es lieber, wenn sie nicht so warm sind. Weil ich einfach vom Unterton meiner Haut her eher neutral oder kühl bin. Und dann sieht es nicht so gut aus, wenn ich warme Bronzer verwende. Und deswegen, ja, für diese Farbe mich verlassen. Aber das ist ein guter Bronzer, der sehr, sehr gut pigmentiert ist. Und sicherlich auch jemanden glücklich machen wird. Aber wie gesagt, ich habe den gleichen jetzt in der anderen Farbe nochmal da. So, zwischenzeitlich trinke ich mir aber einen Schluck, weil das ist halt immer so eine Sache, wenn ich hier sitze und in einer Tour rede, dann sagt irgendwann meine Stimme Ciao. Und ich habe ja schon drei Stunden eben an diesem Schmink-Hall gedünsen gedreht. Dann habe ich noch eben mein Unboxing gedreht. Und deswegen trinke ich hier wie sonst was. Und wir haben es 10 vor 11 abends. Läuft. Ist es aber ein Samstag, da geht das. Dann habe ich hier noch ein Produkt in der Beauty.at-Box drin gehabt. Das ist dieser Pflegegloss Shaker. Ja, von BB. Das ist eigentlich auch eine schöne Farbe gewesen. Muss man halt shaken. Und dann hast du oben so ein Prämpelfin, dann machst du es drauf. Dieser Rosenduft, den ich eigentlich gerne mag. Das ist die Farbe Paris Verliebt. Paris Verliebt ist mir in den Rachen geklettert. Und das war ganz, ganz unangenehm. Also das ist kein Produkt für mich. Das ist mir zu stark parfümiert. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Lip Injection von Too Faced drauf. Damit komme ich klar. Ich mag es auch, wenn es am Anfang süßlich riecht. Und nachher auch ein Gefühl auf den Lippen gibt. Als hätte ich jetzt, also am Anfang, als hätte ich Chili drauf. Und jetzt, als hätte ich Menthol-Kaugummi drauf. Aber sowas, was einfach vom Duft die ganze Zeit hält. Und immer, wenn ich rede und einatme. Was ich durch den Mund ja offiziell mache. Offiziell? Offensichtlich. Nee, das ist voll unangenehm. Dann habe ich hier von Downtown Paris einen Highlighter, einen Liquid-Highlighter aussortiert. Den ich sehr, sehr häufig mal wieder, also in Boxen drin hatte. Und das war jetzt in so einem Glossy-Bundle. Irgendwas mit Junggesellenabschied, ne? Und der ist mir tatsächlich zu wenig. Also, ich habe Highlighter, die sind mir zu kräftig. Gerade Liquid-Highlighter. Da kommen wir auch gleich noch zu einem. Und der hier ist mir einfach zu wenig. Das ist schon krass, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass man den vielleicht in der Foundation mit reinmischt. Um da irgendwie ein schönes Ergebnis zu kriegen. Aber Leute, nee. Ich habe, nee, genug da und nee. Dann habe ich hier einen Lippenstift aussortiert. Und das war ein bisschen traurig. Das ist Manic Diva London. Ein Lippenstift. Der war neu und original verschlossen und so weiter. Dann habe ich den drauf gemacht und der hat geschmeckt wie Knetgummi. Also der ist scheinbar gekippt. Das ist halt immer so eine problematische Geschichte. Gerade, wenn man jetzt so im Sommer Pakete versendet oder halt Lieferungen bekommt. Sachen bestellt online und so, ne? Und dann die Sonne auf dieses Paket den ganzen Tag drauf scheint, gefühlt. Dann könnte es sein, dass die Produkte halt ein bisschen schneller kippen, als wenn, ne? Das ist ganz normal. Deswegen haben ja auch viele Leute zum Beispiel einen Kosmetik-Kühlschrank. Habe ich nicht. Gut, aber hier ist es auf jeden Fall gekippt. Meiner Meinung nach, es riecht bestialisch. Es ist auch ein Produkt, was in den Müll kommt. Ja, boah, nee. Voll, voll schlimm. Und wie gesagt, kommt direkt in den Müll. Das wird gar nicht weiter wandern. Das macht gar keinen Sinn. Dann habe ich hier ein Produkt aussortiert, wo ich sehr, sehr erstaunt war. Von Winky Lux Uni Brow. Universal Brow Pencil. Ich hatte den mir rausgesucht, weil ich einfach so ein paar Augenbrauenprodukte ausprobieren wollte. Fand ich auch ganz nice. Hat ein Spooli hinten dran, ne? Dann mache ich den auf und drehe den hoch und denke mir, wow. Okay, ich glaube, hier ist Mr. Schimmel am Start. Oder, was auch sein kann, ich desinfiziere meine Produkte ja auch immer. Wenn ich sie halt wirklich nur für einmal kurz Schminken verwende und sie dann wieder in meine Sammlung räume und nicht hier fest auf meinem Schminkte stehen habe. Dann kann es sein, dass ich einfach die Oberfläche ein bisschen ausgetrocknet habe. Durchaus möglich. Ich traue dem Braten aber gerade einfach nicht. Ich werde jetzt noch den einen oder anderen Testlauf sparen, dass ich quasi mir einen Augenbrauenstift nehme und das dann halt desinfiziere, wie ich das halt immer so mache. Dann zur Seite stelle und kurz abwarte und schaue, ob das sich halt auch so verhält, ne? Normalerweise verfärben die Produkte sich aber echt nicht so extrem und das hat halt auch einen ganz leichten Pelz drauf. Ich glaube, der ist echt hinüber. Ich habe dann versucht, das mit so einem Tuch noch ein bisschen abzumachen und dann ist mir der ganze Stift abgebrochen. Also im Prinzip, ne? Ich habe hier nur die Spitze, die halt so gammelig aussieht und als ich das halt versucht habe, sauber zu machen, oben abzumachen, ist er mir auch noch abgebrochen. Also, ciao Kakao. Das hat wohl nicht funktioniert und wenn er sich schon nicht sauber machen lässt mir, dann ist eh irgendwas falsch und ich habe irgendwie ein ganz unangenehmes Gefühl dabei, weil ich finde, wenn ich das so gegen das Licht halte, sieht es einfach pelzig aus. Ich schiebe den wieder zurück und der kommt in den Müll. Ist ein bisschen schade, weil das ist, glaube ich, auch ein recht höheres Produkt aus einem Adventskalender gewesen. Hier habe ich von Catrice Clean ID die Hydro BB Cream. 99% natürliche Inhaltsstoffe und vegan, nicht wickelverursachend und so weiter. 30ml, die 001 oder nee, 005, neutral ist das, habe ich aussortiert, weil die krümelt. Und das mag ich nicht. Nein, das mag ich einfach nicht. Ich habe die, also alles, was krümelt oder wenn ich jetzt sage, es krümelt, habe ich nicht nur einmal verwendet und dann weggetan, sondern ich verwende es dann mit unterschiedlichen anderen Foundations, mit anderen Primern, mit anderen Pflegen, die ich darunter trage und so weiter. Weil ich hatte zum Beispiel eine Creme, da kommen wir gleich zu, die hat per se gekrümelt, klar. Dann habe ich natürlich nicht jede Foundation aussortiert, die ich damit verwendet habe, die vorher funktioniert hat. Dann fällt mir halt recht schnell auf, dass es dann an der Pflege gelegen hat. Deswegen, also da ist leider Chalker Kau am Start. Schade eigentlich, weil so von der Idee her finde ich das mit Clean ID von Catrice ziemlich geil. Ja, die Plum & Poppy Mascara hier, die ist einfach zu wenig. Ne, das habe ich auch mit euch zusammen getestet, die ist einfach zu wenig. Da fehlt mir der Wawawum-Effekt, den ich ja gerne auf meinen Wimpern trage. Jetzt, heute habe ich das nicht ganz so eskalativ gemacht, weil mir dazu geraten worden ist, es mal ein bisschen dezenter zu halten und nicht ein zu sehr Fliegenbeine zu machen, habe ich versucht. Ne, also ich persönlich könnte für meine, für meinen Geschmack mehr vertragen, aber ich habe es einfach mal ausprobiert. Hier haben wir so ein eigentlich ziemlich geil aussehendes Bürstchen, das ist ein Kunsthabbürstchen. Ich glaube, bei meinem Full-Face-Beauty-Boxen habe ich das sogar verwendet. Aber, ne, die Bürste sagt, hey, ich bin voll eskalativ, aber, ne, ne, da riecht mir Mascara. Ähm, ja, ist halt eine Mascara und die darf jetzt leider gehen, ne, das ist immer traurig. Ich mag das nicht, wenn ich Sachen aussortiere. Ich finde es immer blöd, ich will, dass alles funktioniert. Auch dieses Produkt hatte ich aus einer Box Rimmel London, die Bronzing-Palette. Ist mir zu dunkel, ist mir zu warm. Funktioniert nicht auf meiner Haut und sieht aus wie, gar nicht gut, gar nicht gut. Nein, nein, das mag ich auch nicht. Das ist mit Kate, Kate, Kate Moss, genau, war das, glaube ich, in Kooperation gemacht worden. Ähm, also die, die Bronzer, die hier drin sind, sind halt eher schimmernd. Und ich habe ja den Hoola Glow, den ich sehr, sehr gerne mag und auch gerne verwende. Auch den hat die Bronzer, der ja einen gewissen Glow drin hat. Drin. Mag ich recht gerne. Ähm, aber das hier, mhm, mhm. Das ist dann halt zu stark pigmentiert und das sieht auf meiner Haut einfach ganz, ganz furchtbar aus. Das sieht aus als schmutzig, ne. So, wo bin ich jetzt? Hier. Dann habe ich hier von, äh, einen habe ich auch noch aussortiert, den ich gar nicht hier mit mir drin habe. Ähm, den habe ich, wo ist er denn? Hier, By Terry, mein Concealer von By Terry. Der deckt nicht und der creased. Den hatte ich ja bei meinem Full Face By Terry mit euch zusammen ausprobiert und der hat ja nicht funktioniert. Das hat scheiße ausgesehen. Habe ich es gesagt? Entschuldigung. Ähm, da habe ich mir quasi ja Augenringe gemacht, weil das nicht mit der Foundation zusammen harmoniert hat. Ähm, ich habe den danach noch mal probiert und habe dann auch, es war in meinem Urlaub, eine Insta-Story dazu gemacht. Und habe dann auch in meiner Story gesagt, weil das so ein sackend teures Produkt ist, kostet ja, glaube ich, 53 Tacken. Ähm, wer sich jetzt zuerst meldet, der bekommt den jetzt einfach nach Hause geschickt, wenn ihr den mal ausprobieren wollt. Dann hat sich halt natürlich jemand gemeldet und die hat den auch direkt von mir bekommen. Weil, ne, finde ich einfach so, so ein super teures Produkt und da sind bestimmt viele heiß drauf. Dann gönnt euch hart, dann probiert es gerne aus. Ich finde es immer zu schade, das dann irgendwie jemandem zu geben. Der ist vielleicht nicht, wer zu schätzen weiß, wie teuer so ein Concealer ist, weißt du? Weißt du? Ich rede hier lockerflockig, ich sag euch das. Von Fix & Rouge habe ich hier einen Satin Soft Blurring Primer and Finishing Fix Ultra Prime. Hier ist das Problem, dass das Produkt einfach viel zu trocken ist. Und sowas in Kombination mit meiner trockenen Haut? Nein. Jetzt haben wir auch mal den Akku gewechselt, ne? Dann kann das hier lockerflockig weitergehen. Dann habe ich ja ein Produkt ausprobiert, was auch in dieser Beauty.at-Box mit drin war. Eucerin, sehr hoher Schutz, Lichtschutzfaktor 50 plus Phyto, Aging, Control, Anti-Age, CC-Cream in der Farbe Mittel. Ja, ne? Das ist eine getönte Gesichtscreme. Ja, das ist irgendwie logisch, dass mir Mittel nicht passt, ne? Aber ich habe es trotzdem ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich mir halt auch selber gesagt, komm, ich brauche das jetzt nicht irgendwie mit anderen Foundations mischen. Das habe ich in meinem Full-Face-Beauty-Box noch ausprobiert. Er tat nicht hingehauen, Leute. Nee. Und dann muss man halt auch mal sagen, ja, komm, nur weil du das geil findest, dass da ein Lichtschutzfaktor mit 50 plus drauf drin ist, den du eh nicht erreichen wirst, weil du müsstest theoretisch eine Fingerlänge davon aufgeben, um diesen Lichtschutzfaktor zu erreichen. Tinnif, weg damit. Dann habe ich hier ein Produkt von Essie aussortiert. Relativ viele Nagellacke mal wieder, aber das ist halt, ne? Ich verwende viel und häufig Nagellacke. Ich habe 10 Nagellacke immer insgesamt drauf, weil ich jeden Finger anders mache und so. Ja. Und dann wird halt auch im Zuge dessen aussortiert. Und hier habe ich von Essie den Moments to Misses. Und das ist eher so ein Ton, den man als Topper verwenden kann. Und das finde ich dann wieder zu nervig. Nee. Also den könnte, ich könnte theoretisch mit einem weißen Nagellack drauf machen und den dann da drüber geben. Dann hätte ich so einen schieren rosa Glitzer. Nee. Nee. Einfach nee. Das ist dann nichts für mich und deswegen wandert der weiter. Der ist wunderschön. Ne? Ich mag die Farbe, aber nee. Hatte ich auch in einer Glossy Salebox drin. So. Dann habe ich hier als nächstes von Kindr das Lip Oil. Und das wird einfach pink. Und pinke Lippen heißt bei mir tatsächlich, dass es aussieht, als hätte ich furchtbar gelbe Zähne. Obwohl ich, wie meine Zahnerzhelferin des Vertrauens sagt, ich habe für, also ich habe richtig weiße, helle Zähne. Aber wenn ich dann Lippenprodukte auftrage, die mir gelbe Zähne machen, dann sieht das natürlich nicht mehr so aus. Und das finde ich ziemlich nervig. Ich renne nicht zweimal im Jahr zu PZR, der mit mir irgendein Lippenstift gelbe Zähne macht. Nein, aber das ist halt ziemlich schade. Hier hat sich das Füßchen auch schon ein bisschen verfärbt. Das ist, ich glaube, ich habe den ein oder zweimal angewendet. Zack, Füßchen verfärbt. Der herzlichen Glückwunsch. Naja, aber na. Vielleicht, also ich habe eine Freundin, die steht halt so auf diese pinken Lippenstifte und so. Und vielleicht hat die auch Bock auf so ein Lippenöl, was sich dann ja dem pH-Wert anpasst. Es wird immer pink. Bei wem wird es anders als pink? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich habe, glaube ich, bei jeder, die solche Produkte mal ausprobiert hat, sei es von Catrice Essence, Kindle oder sonst irgendwas, ist das immer pink geworden. Schreibt mir das gerne. Jetzt habe ich hier den nächsten Nagellack. Ich habe ziemlich viel ausprobiert. Von Trended Up Royal Nude. Da habe ich einen von Essie. Der heißt Satin Slippers. Genau. Und das ist ein relativ ähnlicher Farbton. Und den Satin Slippers von Essie finde ich einfach besser. Der macht es schöner auf dem Nagel. Und ja, deswegen geht der jetzt weiter. Und das ist die Farbe 001. Nein, 040. Genau. Jetzt schon wieder. Oder immer noch ein Tisch. Noch einen Nagellack habe ich aussortiert. Und zwar von Essie. True Love & Color 156 Finish Line Fuel. Das ist so ein, ja, metallisch Kupfer. Nein, das ist eher ein Bronzer, oder? Ja, das ist eher ein Bronzerfarbener Nagellack. Den habe ich jetzt aussortiert, weil der Maybelline Superstay besser ist, den ich erst dachte aussortieren zu wollen. Aber dann habe ich die beiden mal gegeneinander verglichen und fand den von Maybelline dann doch irgendwie besser. Und dann habe ich den aussortiert. Dann habe ich von Maria Galant einen aussortiert, einen Nagellack. Und da hatte ich nämlich letztens von Look auch einen Nagellack, der auch wieder eine ähnliche Farbe hat. Und das hat sich fast gereint. Und den finde ich schöner. Das hier ist die Nummer 507. Und, ja, die haben sich dann quasi ausgetauscht. Ja. Dann habe ich von Alverda ein Deo aussortiert, weil das einfach nicht schützt. Ich habe mir diese Pro Climate Reihe geholt. Das ist ein Deo Zerstäuber, ne. Da habe ich aktuell die Zahnpasta in Anwendung. Ich habe die Mundspülung in Anwendung. Und die beiden Produkte gefallen mir sehr, sehr gut. Ich habe auch unten im Keller noch das Color Waschmittel. Was aber jetzt noch nicht in Anwendung ist. Aber wahrscheinlich ab nächster Woche. Also wenn ihr das Video seht, ist es schon in Anwendung. Und ich habe auch das Spüli. Das ist aber auch noch nicht in Anwendung, weil auch erst ein anderes leer gehen muss. Und das Klopapier haben wir aufgebraucht, was gut war. So. Aber das hier ist halt das erste Produkt, was ich aus der Reihe verwendet habe. Was ich doof finde, mag ich nicht so gerne, weil das halt, wie gesagt, mich schützt. Und ich mag den Duft halt auch nicht so gerne. Ich verwende da dann tatsächlich lieber andere Deos, die mich auch wirklich schützen. Gerade über den Tag. Und ich habe genug andere Creme-Deos oder Deo-Roller oder sonst irgendwas. Deos Dix, die ich abends verwende, wenn ich halt nicht so einen Megaschutz brauche, sondern einfach nur für dieses frische Gefühl im Bett. Weil ich halt nachts auch, seitdem ich meine zweite Impfung habe, Leute, ernsthaft schwitze. Wie ein Schwein. Oh mein Gott, das ist furchtbar. Ja, ich finde es auch ein bisschen kacke. Aber gut. Auf jeden Fall kann ich das nicht über den Tag verwenden. Für im Bett habe ich andere Deos, die ich lieber mag und die auch noch meine Achseln pflegen. Deswegen muss das gehen und auch das mal irgendwie in Halbwegs rein. Ja, jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich sehr, sehr schade finde, dass ich es aussortiere. Und ich habe es versucht zu schaffen, das zu verwenden. Ich habe es auch lange verwendet und ich glaube, es ist auch nur noch irgendwie zur Hälfte oder zum Drittel voll. Ich weiß es nicht. Es ist von Dalton Bright Perfection Pigmentation Control Protective Day Cream Lichtschutzfaktor 50. Ich liebe und verwende es wirklich auch wieder. Den Lichtschutzfaktor mit 50, da haben die ja auch eine Gesichtscreme für. Und den finde ich toll. Das ist in der Trube. Der ist auch deutlich günstiger als das. Wobei du hier ja auch noch dieses Pigmentation Control und Brightening und so weiter mit dabei hast. Das darf man halt nicht vergessen. Bei dem anderen Lichtschutzfaktor, den ich ja verwende, muss ich ja noch eine Tagescreme dazu verwenden. Hier ist aber das Ding, dass es krümelt. Also ich kann das solo wohl so tragen. Also wenn ich das nur so auftrage und dann danach nicht vorhabe oder am Tag, also nicht in den nächsten Stunden noch vorhabe, mich zu schminken. Oder, ja, vielleicht das Haus einfach nicht verlasse oder sonst irgendwas, weil das krümelt. Und das mag ich nicht. Und dann habe ich meistens, wenn ich dann, also ich verwende auch recht viel davon, was man ja auch muss. Normalerweise musst du halt eine Fingerlänge verwenden für dein Gesicht und eine Fingerlänge für deinen Hals und deine Ohren. Also du machst quasi deine Ohren und dein Hals zusammen und dein Gesicht und dein Hals. Nein, das ist ein Dekolleté. Dekolleté und Ohren und Gesicht und Hals. So, und dafür dann jeweils eine Fingerlänge. Ne, das habe ich im Leben nicht damit hingekriegt. Ich habe dann versucht, das dann so ein bisschen auch für meinen Körper zu verwenden. Aber auch da, das krümelt und das, nee, nee. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die da richtig Bock drauf hätten, das mal auszuprobieren. Und deswegen wird es auch jemand bei mir aus der Trash-Gruppe bekommen, falls sie dann da Bock drauf hat. Ich packe das auf jeden Fall, wenn das Trash-Wander-Paket das nächste Mal bei mir eintrifft, mit rein. Denn ich habe viele, viele Dalton liebende Ladies bei mir mit drin. Ich selber mag Dalton auch sehr, sehr gerne. Ich arbeite super gerne mit denen zusammen. Habe auch viele Produkte, die ich extrem gerne mag und verwende. Wie gesagt, den normalen Lichtschutzfaktor oder auch die Körpercreme-Produkte oder die normalen Masken, Ampullen. Die haben tolle Sachen. Ne, Dalton, wenn ihr das seht, es bricht mir das Herz. Aber ich habe euch das auch schon geschrieben, dass ich die aus den Gründen halt nicht weiterverwenden konnte. Ja, das ist halt schade, weil das halt ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt ist, ne? Das tut mir dann auch ganz schön weh. So, jetzt geht's weiter mit dem Nagellack. Da habe ich hier Let's Boogie von Essence. Das ist der hier. Und da habe ich mir was zu aufgeschrieben. Ja, der ist selbst als Topper doof, habe ich mir da so aufgeschrieben. Also Solo kann man den nicht tragen, weil er dafür halt einfach nur zu schier ist. Und als Topper sieht er halt auf meinen Nägeln auch nicht schön aus. Und dann, nö, muss er halt einfach gehen. Aber ich habe ja selber eben auch schon entdeckt, dass so gräuliche Untertüren nicht unbedingt was für mich sind. Dann ist selbstverständlich ein gräulicher Nagellack, der glitzert, auch nichts für mich, ne? Das ist etwas, das sollte ich verinnerlichen. Den nächsten Nagellack, den ich aussortiert habe, finde ich auch super schade, weil es eine geile Farbe ist. So ein klassisches, den trage ich auch hier, glaube ich, auf meinem Finger. Aber den habe ich auch noch, den habe ich gemischt miteinander. Das Ganze vergessen. Das sieht man nicht viel von mir. Von Barbour habe ich einen aussortiert. Und zwar ist das der 02 Baccarat. Also ein geiles Rot, ne? So ein richtig schönes, klassisches Rot. Aber meine Nägel sind dafür nicht gemacht, weil das super flüssig ist. Und das rutscht mir halt die ganze Zeit runter. Und dann muss ich halt immer irgendwie meine Finger komisch machen oder dann irgendwelche Zwischenglitzerschichten oder so auftragen, damit das irgendwie gehalten wird oder noch eine Schicht drüber. Ich möchte meine Nägel schon in einer gewissen Zeit lackiert bekommen haben, dass ich da nicht irgendwie stundenlang dran rumeier. Deswegen, der wird mich verlassen. Ne, und ich habe halt auch, wie man sieht, ne? Ich habe schon, ich habe roten Nagellack, ne? Dann brauche ich die nicht. Ja, dann habe ich hier noch einen, der mir gelbe Zähne macht. Und das ist von Too Faced, ein Lipgloss in der Farbe Ginger Snap. Der war auch mal in einer, ja, Weihnachts-LE mit drin. Der ist auch noch gut und der riecht auch noch sehr angenehm süß. Macht aber bei mir halt gelbe Zähne. Trotz der Tatsache, dass er hier so bläuliche Schimmerpigmente drin hat, weil das eigentlich dazu führt, dass man weiße Zähne bekommt. Also je bläulicher der Unterton von einem Lippenprodukt, desto weißer erscheinen halt auch die Zähne optisch. Das Problem hierbei werden dann aber wahrscheinlich diese pinken Geschichten sein, die ja hauptsächlich das Produkt ausmachen, ne? Und das finde ich schade. Ja, aber na, es ist eigentlich ein schönes Produkt, aber nicht für mich. Auch dieser Lichtschutzfaktor ist nichts für mich. Ich habe mich mega darüber gefreut. Ich hatte den in der Blissim-Box mit drin. Und hier steht drauf, dass der nicht weißelt und Mineral Sunscreen. Und der hat auch nicht wirklich gekrümelt oder so. Aber ich sah so weiß aus wie ein Schneemann. Ähm, ja, ne? Also hier steht extra drauf, dass der nicht weißeln soll. Er tut's aber. Ich habe versucht, wenig davon zu verwenden, was dämlich eigentlich ist. Ich habe versucht, normale Menge zu verwenden, sprich eine Zeigefingerlänge. Ich sah furchtbar aus. Und das sah so speckig aus. Also das ist kein Sonnenschutz, den ich mag. Den von Dalton. Mega Empfehlung. Der hier. Empfehlung tatsächlich. 71. Irgendwo stand das hier. Invisible. Steht hier extra drauf. Invisible. Ich weiß nicht. Invisible Schneemann wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also, nee. Dann habe ich auch ein bisschen was ausprobiert. So aus neuen Limited Editions. Also mittlerweile, wenn ihr das Video seht, ist es nicht mehr neu. Die Vintage Beach Limited Edition von Essence. Das ist der Baked Highlighter hier. Hier ist halt das Problem für mich, dass es ein Mabel oder ja so ein Mabel Highlighter ist. Ein gebackener, geswollter Highlighter halt. Ich könnte den theoretisch, ich könnte nur das hier verwenden. Und dieses Goldene kann ich nicht verwenden, weil es einfach nicht geht. Goldene Highlighter funktionieren bei mir nicht. Also das sieht einfach nicht aus. Ich liebe die Verpackung. Finde ich total klasse. Das ist so natürlich. Und hast du nicht gesehen? Ich glaube, das ist auch extra so mit irgendwelchen Geschichten. Was hatten die, glaube ich, auch irgendwo auf der Homepage geschrieben. Auch das Produkt ist vegan und ach, mit Vitamin C, mit Macadamiaöl, Goldener Glow, Rampampam. Jaja, Goldener Glow ist nichts für Claudinchen, ne? Deswegen, irgendwer wird darüber sich sicherlich freuen. Dann habe ich hier auch aus der Vintage Beach die Lidschattenpalette aussortiert. Habe ich auch in meinem Video verglichen mit der von Catrice. Man kann mit beiden sehr, sehr ähnliche Looks schminken. Und die von Essence hat einfach abgelost, ne? Also die Bronzer Way to Rampampam Panama oder so hat einfach deutlich mehr gewonnen. Ich finde dieses Strandkorb-Design wunderschön. Auch das ist so richtig schön geflochten, ne? Das sieht so toll aus. Aber ja, die Pigmentierung ist halt eher mau als da. Und es gibt Menschen in meinem Umfeld oder auch in meiner Trash-Wander-Paket-Gruppe mal gucken, die das geil finden werden. Ich finde es nicht so geil. Deswegen geht er weg. Sie sollte einen Schluck trinken. Das wäre besser. Dann habe ich hier, oh ja, eine ganz interessante Mascara. Das ist die von Clinique Lash Power Mascara Long Wearing Formula. Also die wird dir nicht abstempeln. Das sage ich so, ne? Die macht definierte Wimpern, aber nur so in zwei Schichten. Ab der dritten Schicht wird es sehr, sehr fliegenbeinmäßig. Und wenn man sich die abschminken will, fühlt sich das. Es ist ganz merkwürdig. Erstens ist es so, als würdest du denken, so hä, die geht ja gar nicht ab, die geht ja gar nicht ab. Und auf einmal wird das wie Gummi. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es gibt auch andere Mascaren, die genau dieses Gefühl oder diese Textur verursachen, wenn man sie abschminkt. Man nimmt sie dann so runter und dann geht es wie so eine, als hättest du ein Gummi runtergeschminkt. Keine Ahnung. Dann hast du hier so wirklich so eine Schmieregeschichte. Ganz, ganz merkwürdig. Aber die ist mir vom Ergebnis her zu lasch. Also in zwei Schichten ist sie mir zu lasch. In der dritten Schicht ist mir viel zu viel krass. Also mir, ne? Das ist schon heftig. Viel zu viele Fliegenbeine. Und beim Abschminken kriege ich Gänser. Das kann ich gar nicht haben. Die hat eine sehr schön definierte Bürste. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch wirklich bei anderen richtig gut funktionieren kann. Kann ich mir wirklich vorstellen. Weil Clinique ist ja auch so eine Marke, die sehr auf pflegende Geschichten ausgelegt ist. Und deswegen sind dann halt auch die dekorativen Kosmetikprodukte nicht darauf ausgelegt, wawawum zu sein, sondern halt ein Stück weit einfach natürliche Schönheit hervorzuheben. So, ne? Deswegen. Aber das ist halt nichts für Claudinchen. Claudinchen braucht wawawum. Sonst ist Claudinchen traurig. Sie redet mit der dritten Person von sich. Schon wie? Also ist keine Mascara für mich, ne? Diese Maske habe ich aussortiert. Und die kommt auch in den Müll, weil die jetzt leider abgelaufen ist. Habe ich zu lange gewartet. Hey Honey, show your glow. Das ist eine Maske, die so schön pflegt. Die ist total super. Ich habe jetzt diesen Monat, also wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich mit dem Monat ja schon fast durch. Und zeige euch dann bald mein Aufgebraucht-Video, wo ich dann auch meine ganzen aufgebrauchten Pöttchenmasken zeige. Aber jetzt so Ende Juli, Anfang August ist es für mich so, dass ich die ganzen Pöttchenmasken nach und nach bei mir verwende und aufbrauchen möchte. Und euch dann auch im Aufgebraucht-Video zeigen möchte. So, deswegen habe ich auch die Hey Honey-Maske da mit reingepackt. Dass sie abgelaufen war, fand ich jetzt nicht so schlimm. Also die ist im Januar 2021 abgelaufen. Aber sie riecht nicht komisch. Sie war halt noch original verschlossen. Ich habe sie halt... Hilfe. Da rollt mir einfach mein Augenbrauenstift entgegen. Ich habe sie während der ganzen Zeit halt in der original Verpackung gelassen. Und auch hier noch das Silberfet rüber gelassen und so. Also da kam keine Luft drin, deswegen. Die riecht auch nicht komisch. So. Und die riecht, ehrlich gesagt, sogar gut. Die hat auch echt schön gepflegt. Aber sie macht halt das, was ich bei Masken gar nicht leiden kann. Gar nicht, gar nicht. Und zwar hinterlässt sie wirklich Glitzer im Gesicht. Ja, das mag ich nicht. Ich verstehe es auch nicht, warum man das machen muss. Das machen manche Firmen und ich verstehe es einfach nicht. Wenn ich ein Highlight im Gesicht haben will, dann mache ich mir einen Highlighter drauf. Oder ich verwende einen Highlighting-Primer. Aber ich verwende im Leben keine Maske, die mir Glitzer hinterlässt. Ich sehe aus wie eine Feder mit. Wunderschön, ne? Dieses Gold. Das sah auch schön auf dem Gesicht aus. Ich sah echt aus wie, keine Ahnung, eine Gürtel in Gold. War wundervoll. War auch angenehm. Richtig reichhaltige Pflege. Aber nein. Ich habe sie abgewaschen und habe geglitzert. Nein. Nein. Und deswegen kommt die jetzt auch im Müll. Also traurig. Aber die kommt im Müllweil abgelaufen. Ja. Dann haben wir hier eine Foundation. Und zwar war Nabla die Close-Up Futuristic Foundation. Weightless Soft Focus Perfect Complexion. In der Farbe L20 Light. Ich hatte die auch mal mit euch zusammen ausprobiert und da hat sie mir schon nicht gefallen. In meinem Full-Face Nabla habe ich das gemacht, relativ vor einem halben Jahr oder so. Habe sie dann noch das ein oder andere Mal probiert, weil ich dachte, naja, vielleicht andere Wetterverhältnisse oder so. Also ich, ne, bei manchen Dingen denke ich das. Und ja, nee, die ist mir einfach zu trocken. Das funktioniert nicht. Die sieht bei mir einfach nicht gut aus. Die hält nicht auf meiner Haut. Das sieht einfach nicht so ebenmäßig aus. Den Skin Realist von Nabla, also die andere Foundation, die jetzt relativ neu ist, die finde ich geil. Die finde ich echt super und empfehlenswert. Aber diese Close-Up Foundation, da schwere ich so viele von. Ich komme da nicht mit klar. Ist nicht meine Welt. Ja, etwas, wo zu viel Glow für mich am Start ist. Also vielleicht ein Mix aus der Downtown Paris Liquid Highlighter-Geschichte und dieser Colourpop-Geschichte wäre wahrscheinlich traumhaft. Pretty Fresh Hydrating Illuminator. In meinem Full-Face-Colourpop habe ich mir das Kram Full-Face aufgegeben als Primer. War eine ganz blöde Idee. Aber ich habe das danach halt auch nochmal punktuell als Highlighter versucht. Da war der mir viel zu intensiv. Also, nee, nee, nee. Ist nicht meine Welt. Wird jetzt weiter wandern. Da wird sich jemand anders hoffentlich drüber freuen. Aber für mich ist es einfach zu Hardcore. Und ich liebe Highlighter, Leute. Ich liebe Highlighter. Ich mag es gerne. Heute ist es eher dezent unterwegs. Aber eigentlich bis zum Mond und wieder zurück. So möchte ich strahlen. Aber das ist Hardcore. Da wird es geblendet von. Dann habe ich hier noch so einen Primer von Essence. Und der krümelt leider. Das ist der Shake Before... Nein, da steht nur Shake Before Use drauf. Hydrating and Perfecting Primer. Lichtschutzfaktor 20. Und ja, der krümelt bei mir. Das ist einfach nicht effektiv. Das funktioniert bei mir nicht gut. Und deswegen muss der jetzt einfach gehen. Wie gesagt, ich versuche immer wieder, dass ich solche Produkte dann auch mit unterschiedlichen Foundations, mit unterschiedlichen anderen Geschichtspflege-Rampen-Farm-Geschichten verwende. Nein, der hat nicht funktioniert. Und ich habe andere Primer von Essence, die deutlich besser funktionieren. Ich habe ganz schön viel von Essence aussortiert. Denn auch diese beiden Schätzleins dürfen gehen, weil sie mich triggern. Das ist einmal von Essence die Daily Dose of Power Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Die hatte ich mir, glaube ich, sogar selber gekauft. Ja, die ist auch richtig Hardcore, ne? Also, die hat es auch wohl drauf. Die hat auch wohl krasse... Also, damit kannst du auch wohl einen Look schminken und so. Aber irgendwie triggert mich die Verpackung. Frag mich nicht, warum. Also, man sieht es auch in diesem Grautönten-Ton. Muss ich ziemlich drin rumrühren und so. Also, diese Glitzertöne, die hier mit bei sind, sind nicht so leicht. Man kann damit einen schönen Look schminken in der Theorie. Haut mich aber nicht so vom Hocker, dass ich sage, ich muss sie unbedingt verhalten. Ich mag die Verpackung eigentlich auch ganz gerne. Aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Und die Daily Dose of Love Palette wird ebenfalls aussortiert. Eben weil hier auf die Fännchen mich triggern. Und ja, ich weiß es nicht. Und ich da einfach nicht zugreife, weil sie mir zu langweilig ist. Kann man das so sagen. Dann nehme ich mir lieber eine hochpreisige Palette oder die Aurora Palette von Essence zum Beispiel. Die ich einfach viel schöner finde. Und die sehr, sehr ähnliche Töne enthält. Und schminkt mir damit einen Look, als dass ich hier zugreife. Das muss ich ganz einfach mal ehrlich sagen. Ja, eigentlich schöne Paletten, aber nee. Die werden auch weiter wandern. So. Gar nicht so viele Lidschattenpaletten. Nur drei Stück, ne? Ich hätte gedacht, dass ich wohl mehr raushauen kann. Nee, ich gehe demnächst mal komplett durch meine Lidschattenpalettensammlung. Das sind nämlich ganz schön viele mittlerweile. Hier habe ich auch noch von Evelyn einen Pensel. Der ist mir zu hart. Also ich weiß nicht, was das soll. Also was ist das? Den kann ich vielleicht meinem Freund geben, dass er damit irgendwelche Ecken streicht. Oder ich benutze den noch weiter zum Putzen oder so. Aber aus meiner Schminksammlung wird er ausziehen, weil der ist so hart. Das sind so dicke Borsten. Ich weiß nicht, ob die Kamera das auffangen kann oder aufnehmen kann. Das ist einfach zu hart. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Es ist, ach, piekst, piekst und tut weh. Das mag ich nicht. Also ich weiß nicht, was Evelyn sich dabei gedacht hat bei diesem Pensel. Nun denn, das waren jetzt auf jeden Fall meine aussortierten Produkte, meine Flop-Produkte, wie auch immer. Ich hoffe, dass sich jetzt keiner hier angegriffen fühlt. Das wäre ziemlich blöd, aber ich habe, glaube ich, niemanden persönlich beleidigt hier. Ja, und vielleicht kann ich euch auch animieren, mal durch eure Schminksammlung zu gehen oder durch euer Haus und aufzuräumen. Ich weiß nicht, manche schreiben mir, dass bei solchen Videos es einfach so ansteckend ist, dass man einfach generell Sachen aufräumt, aussortiert, sauber macht, mich als Podcast ins Ohr reinholt und sich einfach Bluetooth-Kopfhörer drauf macht und dann den Hausputz macht oder so. So mache ich das tatsächlich ganz gerne, wenn ich zum Beispiel die Vlog-Videos von Miss Curly Jen, von Jenny mir anschaue. Und ich liebe es. Sonst würde ich solche Videos nicht selber drehen. Also ich drehe nur Videos, worauf ich Bock habe und das wisst ihr. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht, platt gemacht, aussortiert Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.